Moin moin Leute, mein Name ist Lexus und in diesem Video möchte ich euch den Mörser-Trupp vorstellen. Zum einen wie man den Trupp steuert und zum anderen wie man auf der Karte am besten mit ihm agiert. Und dazu gehen wir jetzt erstmal ins Spiel, bis gleich. So, im Spiel angekommen, haben wir unseren Squad auf jeden Fall schon mal zusammengefügt. Ich habe mir zwei Helferlines besorgt, einmal den Panda und einmal den Shepard. Auf der linken Seite gucken wir uns einmal den Mörser-Trupp genau an. Und zwar habt ihr den Mörser-Trupp Standard nur mit einem Mörser-Schützen ausgerüstet. Dazu sind drei Infanteristen. Wenn ihr euch die Verbesserungen vom Mörser-Trupp mal anschaut, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr weiter runter skillt, natürlich denkt dran, die Mitte durchskillen, damit ihr mehr XP-Punkte bekommt. Danach aber auch die Möglichkeit, einen Pionier mit in diesem Trupp reinzupacken. Als zweites noch ein Funker und zu dritt noch einen Sniper. Warum den Sniper? Ganz einfach, so könnt ihr zwischen euren Sniper und eurem eigenen Mörser hin und her switchen, euch selber Pink setzen auf Range, sodass ihr dann wieder auf den Mörser switchen könnt und eure eigenen Ziele bekämpft. Sollten bei euch keine Teammates sein, die gegebenenfalls Pinks machen oder nur wenig Pinks machen, so könnt ihr eure eigenen Pinks nochmal herausholen. Also das ist schon mal ein Must-Have für den Mörser-Trupp. Wenn ihr natürlich am Anfang seid, so wie ich, mein Mörser-Trupp ist noch bei Level 1, der hat noch gar nichts. Seid ihr ein bisschen aufgeschmissen, deswegen habe ich ja meine beiden Helfer-Lines dabei. Und dann solltet ihr erstmal versuchen, diesen also so schnell wie möglich hochzuleveln. Also immer XP-Punkte mitnehmen. Und dann starten wir auch schon mal in die Map rein. Auf der Map angekommen, werde ich mir direkt meinen Funker-Trupp nehmen. Wie gesagt, mein Mörser-Trupp ist Level 1. Laufe direkt an den Kartenrand ganz nach hinten. Also ich werde mich in Deckung bewegen, so gesehen. Und werde jetzt einfach mal hinten, ganz weit hinten, eine Stellung errichten, wo ich mir dann mit meinem Mörser-Trupp quasi einfach einen guten Platz suche. Mich eindecke mit Munitionskisten und dann geht es auch schon los. Und dazu wechsle ich auch jetzt allererstes Mal auf meinen, ja, auf meinen Pionier. So, hau nochmal zwischendurch ein bisschen Artillerie-Schlag raus. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, ich will meine Mates ja unterstützen. So, ich würde sagen, hier vorne ist das Gebäude zum Beispiel. Das müssen sie nachher auch noch einnehmen. Also macht es Sinn, wenn ihr euch hier hinten irgendwo, beispielsweise auf dem Hügel, eine Stellung sucht, wo ihr das Ganze aufbauen könnt und dann sogar noch dieses Gebäude bebombt. So, das mache ich in dem Fall jetzt mal hier. Ich nehme mir meinen Pionier. Als allererstes baue ich mal ein Spawn-Beacon. Warum? Ich will natürlich hier auch wieder spawnen direkt. So, das haben wir gemacht und jetzt setzen wir unsere drei Munitionskisten. Die packe ich alle direkt nebeneinander. So, die haben wir. Alles klar. Top. Jetzt kann ich nochmal eben Artillerie raushauen. Das haben wir. Dann bauen wir hier noch ein bisschen Def. Ein paar Sandsäcke aufbauen, damit das nicht gleich zu sehen ist. Und wir ein bisschen geschützt sind. Auf jeden Fall von Fernfeuer. Das macht auch Sinn. Ja, man soll sich ja nicht direkt zeigen. Okay, da kann ich nichts mehr aufbauen. Schade. So, als nächstes werde ich eben mit dem Trupp auch in den Nahkampf gehen. Werde mich so gesehen jetzt einfach opfern. Werd nochmal ein bisschen ein paar Kills holen. Das kann man auf jeden Fall machen. Man könnte sich jetzt auch einfach mit allen Einheiten hier killen lassen. Finde ich aber doof. Ich werde jetzt nochmal eben in den Nahkampf gehen und werde einfach selber noch ein paar Kills holen. Sobald ich mit dem Trupp ausgelöscht bin, gehe ich in den Mörser-Trupp rein. Und ich sage euch, das FG-42 mit zielfernen Rohr ist der Hammer. So, wir können jetzt unseren Mörser-Trupp auswählen, nehmen natürlich den Spawn-Beacon, den wir gebaut haben und joinen hier rein. Da sind wir auch schon. Ihr müsst eure Sekundärwaffe auswählen. Könnt ihr auch nochmal direkt looten. Na, warum will er nicht? Da aufmunitionieren. Habt 10, ne, 11 Schuss dabei. Mit Links-Klick geht ihr hin, hockt euch hin und dann habt ihr unten rechts neben der Waffe nämlich zwei Anzeigen. Einmal Feind markieren mit linker Maustaste, weil das bei mir auf der linken Maustaste ist und die Zieldistanz. Die Zieldistanz ist jetzt auf 98 Meter und ihr könnt die Zieldistanz ändern, indem ihr mit der Maus einfach nur nach oben drückt und nach unten movt, sag ich jetzt mal in dem Fall. Also ihr könnt das einfach nur, das ist eure Maus, und so könnt ihr halt die Range einstellen. Jetzt habt ihr vor euch so rote Markierungen beziehungsweise die Zahlen. Die Zahlen sind einfach die Meteranzahlen. In dem Fall 249 Meter zum Beispiel und das machen wir jetzt einfach mal. Und dann haltet ihr mit der linken Maustaste gedrückt und er haut direkt Salven raus. Ihr könnt natürlich aber auch jede Granate einzeln schießen. Danach wechselt ihr direkt auf M und dann seht ihr sogar den Einschlag oben in weiß angezeigt. So, wir haben rechts wieder einen Pink, 214 Meter. Da baller ich jetzt als nächstes rein. So, 214. Kommt die nächste Salve. Und wir gucken mal. Verschossen. Und ich habe auch einen Spieler eliminiert. Sehr gut. Wenn wir verschossen haben, hocken wir uns hier wieder passend hin. Aufmunitionieren, F drücken und direkt wieder hin hocken. Am besten auch in die Richtung, wo das ist. So, die nächsten Zahlen. 212. Stellen das Ganze wieder ein. Zack. Und hauen die nächste Salve raus. Und gucken gleichzeitig auf M, ob irgendwas passiert ist. Ich kann euch nur empfehlen, richtet euch immer so ein bisschen nach rechts, links. Also ein bisschen ein. Variiert die Meterzahlen auf jeden Fall. Auch bei den Pings. Denn die Trupps laufen ja nicht permanent. Nur auf einem Fleck. Das wird es halt nicht geben. Merkt euch, prägt euch Laufwege ein. Was haben wir da? 167 Meter. Das werde ich jetzt auch mal einstellen. Zack. Habe wieder verschossen. Nehme mir wieder die neue Munition. Hocke mich direkt wieder hin. Und dann geht es auch direkt weiter. 203 Meter. 176 Meter. Da hauen wir auch eine Salve raus. 182 Meter. Da setzen wir auch noch ein paar hin. Also ihr müsst immer gucken, dass ihr euer Rohr so ein bisschen in die Richtung ausrichtet, wo natürlich die Zahlen angezeigt werden. Und dann seht ihr auch schon, wir haben die ersten Kills geholt. Sehr gut. So muss das sein. So unterstützen wir. 130 Meter. Da setzen wir jetzt auch den nächsten hin. Da soll ein Panzer stehen. Mal gucken, ob wir den treffen. Das wäre natürlich sehr gut. Gucken wir mal. Da ist aber anscheinend nichts mehr. Ah ne, er ist nach rechts geballert. So, zack. Hauen wir direkt die nächsten vier Granaten nochmal raus zum Panzer. Mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt Glück und treffen wir ihn. Das wäre natürlich sick. Aber wie ihr seht, ja, ich habe ihn sogar getroffen. Leicht. 138. So. Da hinten nochmal 167. Da hauen wir den nächsten hin. Je nachdem, wie schnell ihr seid, könnt ihr natürlich so auch sehr schnell Trupps ausschalten, ne. Da 165. Da haue ich auch nochmal was hin. Aber ihr werdet merken, ihr braucht sehr, sehr, sehr viele Munitionskisten. Also, Pioniere sind hier das absolute A und O. Und wenn eure Teammates dann noch hingehen und euch auch nochmal Munitionskisten hinauen, ist das natürlich von Vorteil. So, wir nehmen die nächsten. 146 Meter für den Panzer. Der Feind kommt auch schon näher, ne. Also, er rückt jetzt langsam vor. Da haben wir 149 Meter. Stellen wir ein. Zack. 150 Meter. Mal gucken. 170 Meter. Munitionskiste ist leer. Munitionskiste, hä? Können wir noch nicht schon leer sein. Aber ich habe auch schon wieder was getroffen. Irgendwie sind die Munitionskisten so ein bisschen buggy gerade. Ah, jetzt. Okay, passt. Jetzt können wir weitermachen. Habe ich die Position gefunden. 215 Meter. Ist das richtig? Da kommen die nächsten 133. Da werden wir die nächste Salve hinsetzen. Das ist an der Kirche direkt. So, da. 126. Jo, wir haben wieder einen Spieler getroffen. Oh, ganz viele haben wir getroffen. Das war also eine gute Richtung. 146 Meter. Wir nehmen die nächste Munition. So, hinterm Gebäude oder hinterm Gebäude das Gebäude, was ich euch eben gezeigt habe, sind sie wohl schon. Da hauen wir jetzt auch mal was hin. Und sie kommen auf jeden Fall näher. Oh ja, wieder zwei getroffen. Jetzt werde ich auch mal ein bisschen sporadischer einfach raushauen, was die Granaten betrifft. In der Hoffnung, dass die einfach da reinrennen. 113 Meter da. Wenn ihr jetzt natürlich noch einen Funker dabei habt, wäre das natürlich optimal. Habt ihr einen Funker dabei, könnt ihr immer wieder zwischendurch Artillerie raushauen und dann kleistert ihr den Gegner natürlich nur so voll, was Granaten betrifft. das knallt dann schon richtig. 116 Meter da, haben wir sie wieder. Ja. 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 Viel habe ich jetzt nicht getroffen. Oh, 52 Meter, das ist natürlich schon hart an der Grenze hier. Da ist auch ganz wichtig, Leute, 50 Meter ist das Minimum, was ihr einstellen könnt. Also 50 Meter und dann ist Ende. Dann müsstet ihr auf jeden Fall die Position wechseln. Ja. Ja. Ich habe wieder einen Panzer getroffen. Ja, wie ihr sehen könnt an der Killzahl, Leute, es ist natürlich absolute Übung, ne? Und die Gegner müssen euch auch einfach in die Arme laufen, so gesehen. Ich habe jetzt schon Helfer, die mir die ganze Zeit ja vorne die Pinks setzen und trotzdem ist es echt schwierig, die Ziele zu treffen. Man weiß natürlich nicht, hat der Mate dann vorne beispielsweise die Kills schon gemacht? Hat er sie abgeräumt, während er markiert hat? Oder halt nicht, ne? Das sind so Sachen, die erfahre ich halt nicht, wenn ich nicht mit den Leuten rede. Ich schaue jetzt aber einfach mal sportradig da rein. Kontrollpunkt leider verloren. Normale getroffen, sehr gut. da vorne treffen wir auch noch mal einiges. Sehr gut. 106 Meter, 113 Meter. Da hauen wir noch mal was rein. 110 Meter, 106 Meter. Schillmax, Schillomax nochmal wieder geholt. An dieser Stelle ich glaube jetzt werden wir überrannt. Okay, wir sind wieder zurück. Haben das Match abgeschlossen und tatsächlich auch in dieser Runde bester Mörserschützer erreicht. Was natürlich euch auch den Vorteil gibt, dass ihr hier oben mehr XP dazu bekommt. Warum? Weil ihr ein Held des Gefechts seid. Also wenn ihr den Mörsertrupp spielt und ihr holt natürlich einige, also viele Kills mit dem Mörsertrupp, dann bekommt ihr auch Held des Battles und dementsprechend auch noch mal mehr XP. Wir haben eigentlich gar nicht so viele Kills in dieser Runde gemacht, aber trotzdem 16.786 XP gefarmt. Einfach nur, weil wir einmal Battle of Heroes sind mit zwei verschiedenen Abzeichnungen und wir haben natürlich das Premium aktiv und das hat uns auf jeden Fall so viel XP gebracht. Also wir haben nicht mal viele Kills. Wir sind zurück. Ich kann natürlich jetzt meinen Mörsertrupp aufwerten. Ich denke, ich habe euch grob auf jeden Fall alle Funktionen vom Mörser erklärt, wie er am besten fungiert, nämlich mit einem Pionier zusammen, mit einem Sniper zusammen. Wenn ihr nämlich nicht so viele Pings auf der Map habt, seid ihr aufgeschmissen. Mein letzter Tipp für dieses Video, nehmt den Mörsertruppen nur mit rein, wenn ihr wirklich mit Teammates zusammenspielt. Denn es ist eine 50-50 Chance, ob eure Random-Mitspieler Pings machen oder nicht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Machen die keine Pings, seid ihr komplett aufgeschmissen. Habt ihr nur wenige Pings, okay, dann nehmt ihr euren Sniper noch dazu, macht selber Pings, aber das ist je nachdem, wo ihr hockt, welche Map das ist, natürlich gar nicht so einfach. Also, ich würde euch empfehlen, nur den Mörser zu nehmen, wenn ihr Mitspieler habt. Das soll es auf jeden Fall an dieser Stelle gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Denkt dran, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst nicht die nächsten Tutorials und schaut doch einfach mal bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbei, Lexus1987. Da wird in Listed auch immer wieder live gestreamt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und in dem Sinne würde ich sagen, haut da rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann.